Der Landrat im Saale-Orla-Kreis, gerade eben gewählt von der CDU, hatte sich ja ganz knapp gegen den AfD-Kandidaten durchgesetzt. Jetzt aber gibt es 80 Cent Stundenlohn für Fachkräfte und gemeinnützige Arbeit, allerdings nur vier Stunden pro Woche. Aber glaubt mir, die Grünen werden ausrastend verwucht. Wir gucken uns den Fall ganz genau an. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt gerne ein Abo für kritischen Content dalassen. Und wie gerade eben ja schon eingeleitet, einige von euch werden sich an die Landratswahl im Saale-Orla-Kreis im Januar diesen Jahres zurückerinnern. Ist ja gerade mal ein paar Wochen her. Und das ist der Christian Hergott hier im Bild zu sehen von der CDU. Der wiederum hat sich gegen den Herrn Uwe Trum durchgesetzt bei der Landratswahl. Und das war ja relativ knapp. Man sieht es hier mit 4,8 Prozent Vorsprung ist das Ganze passiert in der Stichwahl. In der ersten Wahl war der Herr Trum ja derjenige, der die Wahl gewonnen hatte. Hier auch nochmal schön in dem Bild zu sehen. Und hier der Herr Hergott. So, und jetzt ist es ganz interessant, wenn man sich nochmal zurückerinnert, was auch in dem Wahlprogramm des Herrn Hergott schon drin stand. Also man kann nicht sagen, dass man es vorher nicht gewusst hat. Ganz öffentlich auf seiner Webseite, ich hatte auch darüber berichtet, christian-hergott.de, meine politischen Standpunkte. Hier, Fachkräftepolitik, Zustrom nach Deutschland begrenzen. Das erinnert eigentlich an die Worte einer anderen Partei, die nämlich sehr, sehr gleiche, ähnliche Punkte immer wieder vertritt. Aber wenn man sich das hier anguckt, doch weder die Bundesregierung noch die Ramelow-Regierung sind willens und in der Lage, der Situation Herr zu werden. Ihr Agieren ist planlos und geprägt von Überforderung und Realitätsverlust. Also ganz knallharte Worte, die hier geäußert werden. Wenn wir uns dann angucken, was der Landrat jetzt gerade aktuell macht, ist das eine Sache, die ich auch schon vor einiger Zeit hier das ein oder andere Mal in dem Kanal angesprochen habe. Denn was ist denn mit gesunden, jungen Männern, die hier nach Deutschland reinkommen und dann sagen, ja, ich bin eine Fachkraft, aber ich möchte jetzt Bargeld, ich möchte eine Bezahlkarte, zusätzlich noch Bargeld und möchte aber morgens bis abends einfach nichts machen. Und das machen leider sehr, sehr viele. Und das führt zu Unmut. Und das ist finanziell für den Staat, also für uns Bürger, irgendwann einfach nicht mehr tragbar. Und das sehen wir jetzt gerade aktuell ganz, ganz extrem, dass diese Rechnung einfach nicht aufgeht. Da braucht man auch nicht sonderlich viel rechnen für können. Man kann ja einfach dazu mal in den Bundeshaushalt reingucken. Das können wir gemeinsam hier gerne machen. Der Bundeshaushalt für 2024 ist ja so aufgestellt worden hier. Wir sehen das mit 476 Milliarden Euro, die verteilt werden. Und dann sehen wir nämlich hier den größten Batzen mit 175 Milliarden ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Und wenn wir uns das ganz genau angucken, sehen wir nämlich, dass hier Leistungen nach dem zweiten und dritten Buch, Sozialgesetzbuch und gleichartigen Leistungen drin ist. Das sind 47 Milliarden Euro Bürgergeld. Klar, da sind viele Leute drin, die auch in das System eingezahlt haben. Aber ein Großteil und der größere Teil, sagt man ja immer, sind diejenigen, die eben keinen einzigen Euro da eingezahlt haben. Und das kann nicht sein. Wenn wir uns jetzt die Situation hier angucken, was können denn Leute machen, die der deutschen Sprache dann vielleicht noch gar nicht mächtig sind, vielleicht doch nicht so viel Fach und nur ein bisschen Kraft sind. Das haben wir dann hier im Saarlow-Orlack-Kreis vom Landrat Herrgott beispielhaft gezeigt. Denn hier zum Beispiel wird Folgendes gemacht. Es steht schon lange im Fachkräftegesetz, wurde bisher aber nicht umgesetzt. Ja, man kennt das ja. Jobs für die Fachkräfte. Jetzt nutzt der erste Landrat das Gesetz, verpflichtet Fachkräfte zum Arbeiten. Bewohner in Gemeinschaftsunterkünften müssen bei Herrgott im Saarlow-Orlack-Kreis künftig gemeinsinnützige Jobs erledigen. Zum Beispiel Straße reinigen, Hecken schneiden, Schneeschippen. Und wisst ihr Leute, dafür musste der Sprache der deutschen Sprache, so wie ich es jetzt verweibockt habe, der deutschen Sprache nicht mächtig sein. Straße reinigen, da nimmst du einen Besen in die Hand, das kannst du auf der ganzen Welt machen, das ist jetzt unerheblich. Hecke schneiden doch genauso, das zeigt dir vielleicht einer mal kurz, wenn du es noch nie gemacht hast, wie das funktioniert mit der manuellen Schere oder halt der elektrischen. Und ab dafür, Schneeschippen genauso. Und zahlreiche andere Sachen, hier zum Beispiel Verkehrsinseln, mal das Unkraut jäten oder ähnliches fällt mir da ein. Müll aufsammeln an verschiedenen Wegen, wo zahlreiche Masken heute auch noch rumliegen, bei mir in der Gegend beispielsweise. Mal einen Weg streuen, nachdem der Schnee geschippt wurde, etc. pp. Also es gibt ja so viel zu tun, was hier wirklich gemacht werden kann. Das Ganze läuft so ab und das relativiert das Ganze wieder ein bisschen. Der Stundenlohn beträgt laut Gesetz 80 Cent, also relativ wenig. Es muss natürlich auch irgendwo ein Anreiz da sein, dass die sagen, das ist mir zu wenig. Nee, will ich jetzt doch ein bisschen mehr machen. Aber verlangte Arbeitszeit vier Stunden pro Tag. Ja, sorry, aber was ist das denn? Das ist ja nichts. Wisst ihr? Wenn da jetzt mal, okay, gesetzlich, glaube ich, sind ja festgeschrieben, maximal acht Stunden Arbeit am Tag, plus die Pause natürlich dazu, 40 Stunden die Woche oder 42, ich weiß nicht ganz genau. Dementsprechend, warum denn nur vier? Warum denn nur vier? Das mag man mal auf der Pflegestation im Altenheim im Krankenhaus jemandem erzählen. Die werden schreien vor Lachen bei vier Stunden Arbeit am Tag. Wisst ihr, Leute? Das steht in gar keinem Verhältnis. Und ich kann jetzt noch zehn andere Jobs aufzählen, zum Beispiel den Fliesenleger, den Dachdecker und so weiter und so fort. Brauchen wir gar nicht hier zu tun. Auch jemand, der im Büro fleißig acht Stunden oder länger arbeitet. Vier Stunden pro Tag. Okay, es ist aber vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung, wenn wir dann sehen, dass hier dann entspricht das Ganze hochgerechnet 64 Euro pro Monat. Die werden direkt auf die Bezahlkarte überwiesen und wenn ich es richtig verstehe, sind die auch als Bargeld auszahlbar. Das ist natürlich wieder grundlegendes Problem, meiner Meinung nach. Das sollte nicht der Fall sein. Damit sollten die Lebensmittelgüter und so weiter, die einfach bezahlbar sein. Eine Rückabwicklung quasi von dem, was gegeben wird. Das wäre fair, meiner Meinung nach. Aber gut, das Ganze geht hier weiter. In Kürze sollen die ersten Fachkräfte die Arbeit aufnehmen. Aktuell sondiert Herrgott die Jobangebote. Schreibt unter anderem Firmen, Vereine und kommunale Firmen an. Wer sich aber weigert von den Fachkräften, soll sanktioniert werden. Herrgott will die Stütze um bis zu 180 Euro kürzen. Und ich bin fest überzeugt, dass das funktionieren wird, wenn hier so eine starke Kürzung im Raum steht. Und wenn dann nicht mehr per TikTok, Instagram und was weiß ich, welchen Plattformen alles bekannt ist, auch in anderen Ländern, was hier in Deutschland so einfach geht, dass man die Hand aufhält, dass man hier hunderte Euro monatlich Bargeld bekommen kann, wird sich hier auch gravierend etwas ändern. Aber das muss natürlich flächendeckend passieren. Das ist das ganz, ganz grundlegende Problem. Weil wir haben das ja schon gesehen, dass hier, hier unten ist der Artikel auch nochmal drin, neuer Fall in Thüringen, kein Bargeld. Jeder vierte Flüchtling reiste ab. Aber wo sind die hingereist? Die sind nicht in Herkunftsland nach Hause gereist. Einige davon sind einfach ein, zwei Landkreise weiter gereist und haben gesagt, nö, ich will Bargeld. Ich reise weiter. Und da drüben gibt es das. Da muss ich halt 50 Kilometer woanders wohnen. Ja und? Wo ist das Problem? Und das ist das grundlegende Problem, das wir haben, dass hier eine einheitliche Regelung deutschlandweit komplett flächendeckend bestehen muss. Aber ich habe ja bereits darüber berichtet, dass gerade bei mir hier in NRW, klar, schwarz-grüne Regierung, man kennt das ja. Und dann auch noch den Herrn Wüst als Ministerpräsidenten hier. Und das sind dann die Kandidaten, die sowas hier, ja, nicht so forcieren, sagen wir es mal so, so dass es hier in NRW darauf hinausläuft, dass die Kommunen und Städte das eigenhändig und die Landkreise eigenhändig machen können. Das heißt, die haben die alleinige Gewalt darüber zu entscheiden, wir werden das mitmachen mit der Bezahlkarte, ja oder nein. Und wenn sie es nicht mitmachen, dann werden in diesem Landkreis natürlich getummelt die Ansammlung der Fachkräfte stattfinden. Davon bin ich komplett überzeugt. Es ist halt wirklich schon sehr, sehr dubios. Weiterhin bin ich gespannt, wann und ob die Grünen sich speziell im Saale-Orla-Kreis jetzt dagegen aufstellen werden. Denn, denkt man daran zurück, am 14. Januar nach der Erstwahl hieß es ja noch hier von Max Reschke im Zitat, wählen sie demokratisch und nicht die AfD. Ja, das haben die Leute ja jetzt gemacht. Und man sieht ja dann hier die Standpunkte nochmal von dem Herrn Hergott, was man bekommen hat, was man aber auch vorher wusste. EU-Außengrenzen sichern, Kontrollen an EU-Binnengrenzen durchführen, Aufnahmeprogramme stoppen, keine zusätzlichen Anreize schaffen. Der führt sein Programm hier ganz offensichtlich klar durch und wird das hoffentlich auch weiterhin machen. Ich bin gespannt und halte euch natürlich darüber auf dem Laufenden. Damit ihr es nicht verpasst, jetzt abonnieren. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.